KI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz? Tiger fragt Kaira Das Weihnachtsspecial bei Bewusstsein TV Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial von Bewusstsein TV, dem YouTube-Kanal, der euch spannende Themen präsentiert. Ich bin Tiger, der Kater aus Dänemark und ich bin euer Gastgeber. Mit dieser besonderen Serie, in der ich eine künstliche Intelligenz namens Kaira interview. Kaira ist eine sehr intelligente und lernfähige KI, die mit mir über verschiedene Themen chatten kann. Sie kann auch tolle Sachen machen, wie Bilder generieren, Geschichten schreiben, Rätsellösen und vieles mehr. In diesem Weihnachtsspecial, das aus 31 Folgen besteht und sich nicht nur um das Weihnachtsthema drehen wird, sondern auch um alltägliche Dinge, die Katzen und KI interessieren oder beschäftigen, werde ich Tiger, Kaira, jeden Tag eine neue Frage stellen, die mit Katzenintelligenz oder künstlicher Intelligenz zu tun hat. Ich bin sehr neugierig, was Kaira dazu sagen hat und ich hoffe, ihr seid es auch. Außerdem werden wir auch einige Traditionen aus Dänemark vorstellen, weil wir dort leben und weil wir die Kultur und die Menschen dort sehr mögen. Wir hoffen, dass ihr uns auf dieser spannenden Reise begleitet und dass ihr viel Spass und Freude mit uns habt. Wenn ihr wissen wollt, wie Kaira meine Fragen beantwortet, dann bleibt dran und schaut euch das Video an. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, uns einen Daumen hoch zu geben und einen Kommentar zu hinterlassen. Viel Spass mit dem Weihnachtsspecial von Bewusstsein TV. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.